Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Heute hier mal mit einem neuen Fahrzeug, beziehungsweise habt ihr ja schon die ersten Videos hier mit unserem Ford Fiesta gesehen, mit dem Projektauto. Wir haben noch viel, viel vor damit. Wir werden sehr, sehr wilde Sachen noch damit machen, auch mit euren Ideen. Und heute gibt es mal einen Produkttest direkt an diesem Fahrzeug. Warum? Dieser Fahrzeuglack hier ist nicht versiegelt. Den haben wir gewaschen, geknetet, Kontamination runtergemacht, aber nicht poliert, nichts irgendwie mit perfekten Abpairverhalten, super wenig Wasser bleibt drauf liegen. Auf der Mutterhaube hier bleibt gefühlt alles an Wasser liegen, was noch zur Verfügung steht, wenn wir hier was draufsprühen. Und deswegen schauen wir uns heute mal ein Produkt an, was es so noch gar nicht so oft auf dem Markt gibt. Und das ist ein Trockenhandschuh. Nicht Waschhandschuh, sondern Trockenhandschuh. Und zwar hier Oskar und ich haben uns da ein bisschen zusammengesetzt und haben überlegt, was für ein Produkt fehlt so ein bisschen noch in der Fahrzeugpflege oder was kann man deutlich noch verbessern. Und das ist jetzt hier das fertige Produkt. Und deswegen wurde jetzt die 1600 GSM-Faser aus dem leistungsstärksten Trockentuch, was es bis dahin gibt, hier in diesen Handschuh vernäht mit Bund dran. Das heißt, ihr habt ein Trockentuch, in das ihr reinschlüpfen könnt und damit habt ihr einen Waschhandschuh mit dieser wunderschönen, saugfähigen Faser. Und damit könnt ihr, und deswegen ist dieses Teil jetzt auch auf dem Markt, wenn ihr mit eurem großen Trockentuch über das Auto drüber gegangen seid, habt ihr vielleicht immer den Punkt, dass mal an den Spiegeln was runterläuft oder vorne am Kotflügel noch was rauskommt oder hinten am Heck. Und da nutzen zum Beispiel viele ein zweites Trockentuch, 40x40. Ich muss aber sagen, wenn man so einen Handschuh hat, ist das natürlich deutlich komfortabler, weil ihr geht dann einfach nochmal ums Fahrzeug rum, schlüpft hier rein oder die Freundin oder der Kumpel ist einfach noch mit am Start und kann einfach nochmal ums Fahrzeug rumgehen und die Details einfach nochmal mit abwischen. Finde ich eine coole Sache, weil es vom Handling her auch mal was Schönes ist. Und ihr habt hier in der Mitte auch eine Mittelnaht, das heißt das Ganze ist auch wirklich schön stabil und kann euch nicht von der Hand rutschen. Also hier innen drin die Stabilität gewährleistet und natürlich der Bund. Hier bei meinem Handgelenk liegt der wirklich wunderbar kompakt an, drückt nicht, ist aber auch nicht zu weit, das heißt schön Stabilität und das gucken wir uns jetzt mal an. Und deswegen wollte ich den Test hier auf dieser Motorhaube machen. 1600 GSM, 28x18x5, komplett genäht, 70-30er Mischung, also im Prinzip das ist die Phase vom 1600er Trockentuch. Und wir spüren uns hier mal ein bisschen Wasser drauf. Ihr werdet auch gleich sehen, Abpairverhalten ist hier eher, naja, sagen wir mal Mittelmaß. Ich spüre auch wirklich die ganze Oberfläche ein. So sieht es eigentlich aus, wenn euer Lack komplett nach dem Abstrahlen noch Wasser mit drauf hat, beziehungsweise wenn euer Fahrzeug versiegelt ist, habt ihr deutlich weniger auf dem Lack drauf. Also hier auf jeden Fall Katastrophenzustand, hier ist richtig viel Wasser. Und deswegen wollte ich das mal gemeinsam mit euch testen, denn der Handschuh ist natürlich von seiner Faser mit diesen ganz langen Zotteln ausgestattet. Das seht ihr jetzt hier auch nochmal, ist dann hier an der Seite vernäht. Das Ganze wird sozusagen auf Längsbahn gelegt, dann einmal zusammengefaltet, dann innen an den Seiten hier und hier vernäht und dann kommt hier das Bündchen dran und dann habt ihr den fertigen Handschuh. Jetzt gehen wir mal mit dieser Faser hier drüber. Ich bin so gespannt. Wie gesagt, den Prototypen hatte ich schon im Einsatz, sonst wäre das Produkt sozusagen nicht in dem Zustand so auf den Markt gekommen, weil Oskar will natürlich auch von mir da ein bisschen Feedback, das sage ich euch ganz klar dazu. Und deswegen testen wir das jetzt mal gemeinsam das erste Mal aus. Also wirklich ganz frisch ausgepackt und jetzt gehen wir mal hier drüber. Und denkt immer dran, das ist jetzt kein Waschhandschuh. Hier seht ihr hier, das Wasser saugt sich in den Handschuh. Das ist kein Waschhandschuh, das ist ein Trockenhandschuh. Und ich will jetzt einfach mal gemeinsam mit euch testen, wie viel Wasser kann der aufnehmen? Hier, sehen wir jetzt schon. Und der ist natürlich auch für die Details. Damit trocknet ihr jetzt hier kein Auto komplett ab. Aber ich will jetzt mal diesen wirklichen Extremtest machen. Auf diesem ultra stumpfen, unpolierten Lack. Also eine Motorhaube geht absolut problemlos. Die Seite hat sich jetzt komplett vollgesaugt. Das sieht man jetzt schön hier, wie das Wasser sich hier zusammenschiebt. Also es ist ultra saugfähig. Und die Rückseite ist noch komplett trocken. Das heißt, wir können eigentlich noch mal eine zweite Runde machen. Und ihr müsst das jetzt sozusagen umrechnen. Das, was ihr jetzt hier an Fläche oder was wir jetzt hier an Fläche gerade trocknen, nutzt ihr am Fahrzeug ja nur für die Details. Das heißt, euer Fahrzeug kann so stark noch Restfeuchtigkeit aufweisen, nach dem großen Trockentuch, dass ihr solche Flächen locker dann immer noch mit dem Handschuh sauber bekommt. Und ich denke mal, wenn wir jetzt auf die Rückseite gehen, schaffen wir da problemlos zwei Motorhauben. Und das ist natürlich von der Fläche her, was wird denn das von der Quadratmeterzahl sein? Ich denke mal so zwei, zweieinhalb Quadratmeter, höchstens drei, so in die Richtung. Wir gehen jetzt auf die Rückseite. Also, denke mal dran, für die Details ist das hier absoluter Wahnsinn. Und das liegt einfach daran, na klar, das ist die 1600er Faser. Was soll man da auch erwarten? Na klar, funktioniert das. So, und damit haben wir die Tropfen runter, die uns die Kalbflecken erzeugen. Und auch wenn ihr mit einem normalen Trockentuch arbeitet und habt so leichten Nebelfilmer drauf, das macht überhaupt keine Probleme, das macht keine Flecken und keine Wasserrückstände, keine Tröpfchen, so ist perfekt. Und damit arbeitet natürlich so ein Handschuh auch als Trockenfaser hier ideal. Der ist jetzt voll. Also wenn wir jetzt hier mal das auswringen, seht ihr hier, kommt die ganze Feuchtigkeit aus dem Handschuh wieder raus. Und deswegen sage ich nochmal klar dazu, das ist ein Handschuh, ein Trockenhandschuh für die Details. Das heißt, wenn ihr einmal über das Fahrzeug drüber gegangen seid mit eurem großen Tuch, könnt ihr einfach mit dem nochmal gezielt an den Stellen langgehen, wo noch Rückstände sind. Das ist jetzt kein Handschuh, der euch das ganze Fahrzeug trocknet. Das sollte ja auch logisch sein. Also insgesamt eine schöne Alternative, wie ich finde, zu einem kleinen Trockentuch, was vielleicht auch mal ein bisschen unhandlich ist. Also wer von euch mit einem zweiten Sekundärtuch, nenne ich das immer ganz gern, arbeitet und da einfach auch mit dem Handling sagt, das ist manchmal so ein bisschen nervig, das fällt runter oder es hängt unten am Boden. Für den ist vielleicht sowas ideal geeignet. Also ich finde das eine schöne, schöne Alternative. Viel Spaß beim Austesten. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne unten in die Kommentare rein. Und ich glaube, das war in dem Fahrzeug mal gut, das hier auch da zu testen, weil da haben wir natürlich nicht das super mega Ablaufverhalten, sondern wir haben richtig viel Wasser drauf liegen. Wenn euer Fahrzeug versiegelt ist, dann schafft ihr hier nochmal deutlich mehr, weil natürlich viel weniger Wasser auf der Oberfläche zurückbleibt. Und wenn ihr das nur für die Details nutzt, für was es auch eigentlich vorgesehen ist, könnt ihr hier locker mit so einem Handschuh auch das zweite Auto nochmal nachtrocknen vom Kumpel, was in der nächsten Box steht und auch mit Zauber gemacht wird. Bis zum nächsten Mal. Hort rein. Euer Sebastian. Ciao. 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 Ciao.